Hallo, das Teil, das besteht nach einer Waffel. Braun, es ist ein wenig weiß. Ist ja gut, die Eiweißmaß. In einer ründlichen Form. So eine kleine Glocke mit Schokolade übergossen. Und als Kind habe ich mir die nur gekriegt, wenn Kerwe und Maimold war. Das Gefühl, wenn man so was isst, wenn man reinbeißt. Wenn man reinbeißt, ist man schon knackig. Man nimmt zuerst so einen kleinen Hauch auf Schokolade, dann den Schaum. Es schmeckt heilig. Schaumig und luftig. Und dann zwischendurch vielleicht auch noch einen Schluck Kaffee und dann zum Schluss die Waffel. Und frisch halt. Und das ist halt, weil sie in Herx haben gemacht, dann sind sie halt ganz frisch. Und so frisch kriegt man sie nirgends. Und wenn man reinbeißt, ja, das vermittelt einem vielleicht das Gefühl von einem Negerkuss. Das war mal die Idee. Die Idee. Untertitelung. BR 2018